Schau deine Hand hinterher. Sehr schön. Rotier deinen Brustkopf und lass den anderen Arm immer schön in der Luft. Bist du bereit? Nehm beide Arme nach unten. Los geht's. Knee. Kick. Boom. This way. Knee. Ich kann das echt spüren, aber was hältst du davon, wenn wir die Beine heben? Du musst das nicht, du kannst das. Um das noch effektiver zu machen, da wo die Scheibe hingeht, da hebst du den Po-Button nach oben. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sebastian Piatergrund. Das ist mein Body Shape Konzept hier auf Fitness School TV.